Healthwise Sprechstunde. Ihr habt die Fragen, unsere Experten die Antworten. Und jetzt geht es weiter mit der Frage, welche positiven Folgen das Entgiften für dich und für deine Community gebracht hat. Auf der einen Seite ist es eine Vorsorge in einer toxischen Welt, da einfach zu sagen, okay, das habe ich jetzt verstanden. Wir haben hier ein Problem und das muss man angehen. Ich unterstütze meinen Körper, damit ich auch gesund bleiben kann. Und keine Entgiftung dazu führen, dass es einem auch dann besser geht. Also wo man jetzt steht, dass man einfach dann wirklich zu mehr Gesundheit kommt und einfach mehr Lebensfreude und mehr Lebensqualität. Mehr Energie, mehr Ausgeglichenheit, besserer Schlaf ist natürlich dann auch die Basis dafür, wie wir eben schon angesprochen hatten. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und ihr habt was ganz Neues gelernt. Wenn ja, dann lasst unbedingt ein Like da. Und wenn ihr noch mehr zu diesem Thema oder zu anderen Gesundheitsthemen erfahren wollt, dann abonniert auf jeden Fall diese Playlist, um keins der weiteren Videos zu verpassen. Übrigens könnt ihr uns auch immer eure Gesundheitsfragen zuschicken. Wer weiß, vielleicht schaffen es diese sogar in die nächste Healthwise Sprechstunde. Wir wünschen euch alles Gute und bleibt gesund!